Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute spiele ich MyCraft Pocket Edition auf dem Server Minibox.pe, ein paar Runden QSG. Ich spiele MyCraft auf den Wunsch von Hustkuchen. Er hat nämlich geschrieben, hey Linker, spiel mal MyCraft mit Skill. Ja, gut, gehen wir mal auf seinen Hinweis hin. Gutes Deutel, ich habe ihn tun. Und ja, ich gehe durch schnell die erste Perspektive. Vor mir ist gerade anscheinend der Owner. Ja, gerade da, der Owner. Sebi, der DP. Keine Ahnung, kennt ihr nicht. Und wir sehen uns gleich in einer Runde. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt in einer Runde. Wir müssen schnell unser Equipment holen. Vor mir ist ein Typ. Ähm, schnell Rüstung anziehen und dann killen wir den. Ja genau, was willst du eigentlich? Hörbisch. Ich hatte, wow, geil. Easy geraggt, Alter. Ich hatte schon eine Aufnahme. Die war auch irgendwie richtig gut, aber da hat das Spiel ziemlich gelegt. Und die Aufnahme war auf einmal weg. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hauptsache, ich habe es jetzt. Und ja. Ich gebe ihm mein Bestes. Jetzt habe ich viele Goldäpfel. Können wir richtig gut drauf gehen. Was ist denn hier? Nicht. Ey, du. Ähm, ich muss aber auch an den Falsch andenken. Ich bin jetzt richtig gut. Ich habe, wie Huuskuchen gesagt hat, ich brauche es hier. Alter Spiele. Geil. Geil. Zeug. Da vorne ist noch ein Spieler. Den versuche ich noch zu killen. Und anscheinend gibt es hier auf dem Minibox-PE-Server nur noch... QSG ist aber auch egal. Es ist ein Geiler. Modus? Spielmodus? Heber? What the fuck? Tot. Ich bin tot. Sorry, Leute. Ja. Tot. Wegen den Bugs irgendwie. Und weil ich auf einmal nur noch das Holzschwert in der Hand habe. Tut mir leid. Was? Ich liebe. Was? Hallo? Ich will das Steinschwert ausrüsten. Ich muss kurz racken. Voll abrufen. Sneaken. Damit mich nicht anfindet. Boah. Ich muss kurz, ähm... Racken. Ach du Kacke. Da ist einer. Aaaaaaah. Ich muss mich verstecken. Racken, Racken, Racken. Hallo? Ah, die Scheiben sind gerade im Chatting-Gebiet. Ich versuche den jetzt von Hitze zu rücken. Gott, bin ich late. Ach du Kacke. Ich kann die Goldöpfel jetzt ziemlich gut verschwenden. Ich habe ja zu viele. Jo. Ah. Carots. Zwei, sechs. Zwei, drei, neun. Ich habe sie glaube ich gesehen. Oder? Ich warte bis die Beine sich angreifen. Wer dann gewonnen hat, den bringe ich dann um. Außer, es kommt noch jemand her. Ja, grillt euch. Ich komme dann. Hey du. Ja genau, du. Alter, bin ich schlecht. Stehbleiben. Ja, ist das hier richtig. Allt, stopp. Scheiße. Ja, ja, ja. Bis ich gehen, bis ich gehen. Goldöpfel auch schnell snacken und dann. Alter, ich zittere hier gerade. So richtig krass. Sorry für meinen Niedrigsgelaber. Guck mal. Meine Kuh. Was zum Teufel. Das habt ihr doch gerade auch gesehen, oder? So richtig krass gelegt. Wenn man nur irgendwie sehen könnte, wie viele Spiele noch da sind. Ich rege auch nur so langsam. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin. Habe ich vielleicht ein bisschen besseres Equipment? Ja. Richtig schon, ja. Gut. Mann, können die im Hintergrund nicht mal ein bisschen leiser sein. Ich muss jetzt aufnehmen. Die können aber auch nicht. Ah, die nerven. Sorry. Warum habe ich schon wieder? Das Holzschwert ausgerüstet. Für mich habe ich wenigstens richtig. Nein. Hallo. Ich muss schon die richtige Rüstung anhaben. Ja, hallo. Wo steht eigentlich meine Rüstung? Was soll denn das? Wo ist der andere Spieler? Ich sneak mal hier und schaue, ob ich wirklich das richtige Equipment anhabe. Wo bist du? Da vorne ist der. Ich habe dich gesehen. Ich bin doch nicht blöd, also. Ja, ich habe gewonnen. Wir sehen uns gleich in einer neuen Runde, also bis gleich. Okay, Leute, ich bin anscheinend schon wieder in einer Runde drin. Auf einmal hat das funktioniert. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie drei Sekunden oder so drin gewesen. In der Lobby halt. Wo ähm... Was soll denn das? Yes. Wenn es nur nicht so komisch sparen würde, dann wäre es schon ein bisschen besser. Ich muss schnell Equipment anziehen. Yes. Und Leute, wie es aussieht, habe ich mich mal verbessert. Ich habe die Pimp-Pimp. Was? Ich habe gewonnen? Lol. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde, in der dritten Runde. Okay, Leute. Drei, zwei, eins. Und wir sind in der Runde. Gleich mal ein Schwert holen und die anderen killen. Erstmal richtig gutes Equipment, irgendwie. Du hast die Witz. Ausrüsten und dann gehen wir drauf. Also nicht sterben, sondern... Halt, die anderen versuchen zu killen. Das wird dann zuerst das Opfer sein. Das will ich nicht sterben. What the fuck? Was war denn das jetzt? Alter! Komm ich nicht drauf klar. Ähm, ja. Ich will jetzt schon noch ein bisschen spielen, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt cutte ich mal nicht. Aber es ist vielleicht die Wartezeit. Jetzt könnt ihr auch mal die Lobby oder so sehen. Ah, das muss ich jetzt schon raus machen. Okay, jetzt habe ich kurz mein Passwort eingegeben. Und ja. Ähm, ich zeige mir schnell was das ist. Die Website von dem Server ist anscheinend minibox.pe.de Ja, es ist anscheinend auf Twitter. Adlord the Freak auf YouTube minibox.pe.de Ihr Team-Speak heißt minibox.pe.de Und so kann man entscheiden, was man mit VIP machen kann. Jetzt gehen wir wieder in eine Route. Ähm, ja. Ist wohl besser drin. Ähm, da sind vier. Jack Frost. Hier seht ihr kurz die Lobby. Es sind auch immer ein paar kleine Jump'n'Runs. Und wie lange dauert es noch, bis die, ähm, Dings losgeht? Spielen. Nein. Ja. Zehn Sekunden, dann muss ich ja gar nicht cutten. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir sind in der Runde. Okay. Das ganze Equipment holen und dann anziehen und suchen gleich was zu reißen. Erst recht mit dem Steinschwerter. Das sah richtig gut. Und ich finde, ich hab mich ziemlich gut geschlagen in den anderen Runden. Findet ihr nicht? Ähm, ja. Alter, hab ich schon ein gutes Equipment. Wie viele Kissen sind hier denn? Eier. Voll abbildlich schlecht. Nicht schlecht. Gutes deutscher Hef. Mhm. Ähm. Falls eh, falls es manchmal ziemlich langweilig ist. Tut mir leid, Leute. Ja. Und ja, worüber ich in dieser Folge reden wollte, mit euch. Und zwar, ähm, ob, was ich halt spielen soll. Nicht was genau. Dann hab ich auch ein Spiel gemacht. Das geht jetzt für immer. Glaube ich mal. Und zwar, ob ich auch etwas langwierigere Spiele spiele. Zum Beispiel Mario oder so. Als nur sowas immer mal wieder. So wie Minecraft jetzt gerade. Oder als, wie gesagt, langwierigere Let's Plays. Und ja. Und ja. Ich mach halt ne Abstimmung. Und da weiß ich noch was. Hier, ähm, was ich für langwierige Spiele spielen könnte, könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Und dafür hab ich ja das mit dem Spielespiel da. Ja. Krass, ihr Witz. Und ja. Und ja. Mach ich halt ne Abstimmung. Und mach ich noch ne Abstimmung. Ob ihr mich mit meiner Stimme hören wollt. Oder einfach nur mit Musik dahinter. Das weiß ich halt auch nicht, was ihr wollt. Darum mach ich halt heute zwei Abstimmung. Und ihr solltet mal, ähm, bei dem wo ich Musik benutze. Und zwar auf KST Beats. Schaut auf jeden Fall mal bei seinem Kanal vorbei. Ich pack mal nen Link in die, in die Kanalbeschreibung. Und bei, ähm, Kumpel von mir. Das heißt, ähm, hat mal kleiner mal in Artikel heißen. Aber er heißt seit ein paar Tausend. Panda Place. Der macht auch ziemlich coole Videos. Und da er mich verlinkt, mach ich jetzt auch bei ihm. Schaut auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Und ja. Diese Runde hier spiele ich noch. Und dann war's das, glaub ich, eh für diesen Fall. Hier werde ich verlieren. Rollschwert. Der hat sein Steinschwert weggeworfen, der Luke. LOL. Als ob. Fick dich, alter. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf eine Runde. Jetzt mach ich ein bisschen Jump'n' Run. Und dann nehm ich gleich noch Flash Fial auf. Hat ja der Panda Place von mir in die Kommentare geschrieben. Als ob geile Lex. Aber ja. Schnell in die dritte Person. Und ja. Wenn euch dieser Part MyCraft Pocket Edition gefallen wird, lasst auf jeden Fall mal ein Like. Das schreibt mir auf jeden Fall bei meinem Hashtag Riesda-Video in die Kommentare, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt. Nehmt auf jeden Fall mal bei meiner Abstimmung vorbei. Schaut bei CasDibs vorbei, von dem ich meine Musik habe. Und bei meinem Kumpel Panda Place packe ich auf jeden Fall von den beiden einen Link in die Kommentare. Und ja. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.